hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight mein name ist michael und ich spiele für euch wieder nach ein zwei drei runden ich weiß nicht genau ja checkt mein kanal wie leute gaming michael kommentiert like das ein daumen hoch da lasst mir liebe da teilt meine videos und supportet mich und lasst gerne einen kostenlosen abo da wenn ihr das möchtet und ja alle anderen die es getan haben vielen 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 dank und schauen wir mal was wir heute so reißen können ich hoffe wir kommen heute zum abschluss der story fest wir haben nicht mehr viel noch zwei aufgaben und erhalte geschenke von artemis und sprich dann erhalte geschenke von artemis und sprich dann mit ihr gut machen wir das gehen wir rein leute und absolvieren heute mal ich hoffe wir kommen heute zum ende hier mit der story quest aber ich denke schon so wir spielen wieder wieder solo und gucken wir mal was wir hier so reißen können heute nicht viel das weiß ich und ja ja fügige gegner mit der entfernung okay wir nehmen das hier 30 mit entfernung wir landen auch direkt dort wo wir müssen so hast du nicht ganz auf der linie ist auch ganz gut so aber gespannt da doch welche abspringen am frühen morgen weiß nicht wer sich so alles hier vorne rum tummelt man muss irgendwie dort hin wo ist person denn da kann ich die mitnehmen kommt nicht oft vor dass sich der jäger auf die seite der beute schlägt mit jedem sieg und jedem neuen unsterblichen verbündeten stärkst du die position der menschen du könntest tatsächlich erfolg haben könnte ich das da ist jemand was muss ich denn jetzt machen ganz fertig bin ich ja nicht oder ganz fertig bin ich ja nicht oder so gut ich ich das auf Den nehmen wir mal mit, ne? Keiner in der Nähe, das ist gut. Keiner in der Nähe, das ist gut. Keiner in der Nähe. Oh, was haben wir hier schönes? Keiner in der Nähe. Erstmal ist es okay. Na, hat er überall erfasst? Ja. Ja. War das keine 35 Meter? Das ist heftig. Hm. Oh. 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 Was ist das? Okay. Ja, lass mal weiterziehen. Hm. Ja, lass mal weiterziehen. 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 Ja. Aha, das hat niemand gescannt. Hm. Ja. 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 noch zehn gegner zehn gegner so niemanden gescannt noch sieben gegner da ist einer so 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 Was ist das? 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 Was ist das?